Du hast doch nicht gedacht, dass es so leicht sein würde, Brunnen. Für eine Sekunde. Doch, dann dachte ich es. Dummes Häschen. Es ist noch nicht lange her, da arbeitete sie als Profikellerin. Ihre Freunde, japanische Elitekämpfer und sie selbst, waren die Crème de la Crème in einer exklusiven Branche. Sie arbeiteten alle für einen Mann, namens Bill. Doch als sie eines Tages diesen Job wünschen, um ein neues Leben anzufangen, wollten sie sie ausscheiden. Sie hätten sich etwas mehr Mühe geben sollen, denn die Frau hat überlebt. Jetzt startet sie ihren eigenen Rachefeldzug und hört nicht eher auf, bis sie an ihrem Ziel angekommen ist. Und das heißt, Crème de la Crème. Kapitel 1. Die glabulose Ausbildung durch Großmeister Pai Mai. Kapitel 3. Die mina Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018